In den frühen 70er Jahren ist der Hamburger Stadtteil St. Pauli noch längst nicht so, wie wir ihn heute kennen. Auch damals gibt es in dem Bezirk, durch den die weltberühmte Reeperbahn führt, allerlei Schauplätze für Verruchtes, Exzesse und Tabus. Doch was fehlt ist das bunte, durch Gentrifizierung und oft von Leichtigkeit geprägte Bild des Stadtteils. Anfang der 70er Jahres St. Pauli und insbesondere die Gegend um den Hamburger Berg vor allem eines. Ein sehr hartes Pflaster. Inmitten von schwer alkoholabhängigen und gescheiterten Existenzen sieht man in dieser Zeit einen Mann besonders oft in den Kneipen sitzen. Alle nennen ihn nur Fiete. Er ist Stammgast in den einschlägigen Lokalen. Im Elbschlosskeller, im Hongkong und im goldenen Handschuh geht er ein und aus. Ab und an nimmt Fiete Frauen mit zu sich nach Hause. Er fällt nie auf. Der junge Mann ist ein ruhiger Gast. Doch wie so viele andere Besucher der Kneipen in der Nebenstraße der Reeperbahn ist er einsam. Doch obwohl Fiete, der eigentlich Fritz Honka heißt, einsam ist, ist er in seiner Wohnung im Hamburger Stadtteil Ottensen nicht allein. In seiner Dachgeschosswohnung liegen vier Frauen. Er mordet, zerstückelt und über Jahre hinweg in Plastiksäcken verscharrt. Manchmal, wenn ich vorm PC sitze und das nächste Video recherchiere, stoße ich während meiner Recherchen auf Artikel, auf die ich nicht zugreifen kann. Nur weil ich mich in Deutschland befinde. Das ist ärgerlich, weil ich euch so viele Informationen wie möglich zum Fall präsentieren möchte. Gäbe es da nur eine Möglichkeit, diese Artikel zu lesen. Dieses Video ist gesponsert von NordVPN. Einen Partner, den ich jetzt schon lange habe und den ich fast täglich nutze. Denn mit NordVPN kann ich selbst bestimmen, wo ich mich gerade befinde und kann so kinderleicht dieses Geoblocking umgehen. Das gilt nicht nur für Zeitungsartikel, sondern auch für Serien. Gerade wenn man in den Urlaub fährt, mega praktisch, weil man weiterhin alle Serien gucken kann, die man in Deutschland angefangen hat. Und NordVPN zu bedienen ist extrem einfach. Ihr klickt einfach auf ein Land auf der Weltkarte und schon seid ihr mit dem Server verbunden. Es gibt über 5000 Server in 60 Ländern. In Deutschland alleine mehr als 200. Das heißt, ihr seid trotz VPN schnell im Internet unterwegs. Seit neuestem gibt es auch einen zusätzlichen Bedrohungsschutz, der vor schädlichen Werbung schützen kann. Zu NordVPNs elften Geburtstag gibt es jetzt unter nordvpn.com slash insolito einen exklusiven Rabatt auf ein Zwei-Jahres-Abo. Zusätzlich gibt es einen kostenlosen Monat und ein Bonusgeschenk. Sollte NordVPN euch nicht gefallen, gibt es eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also klickt einfach auf den Link in der Infobox, falls euer Interesse geweckt wurde. Und jetzt zum heutigen Video. Das Leben des berüchtigten Serienmörders beginnt allerdings nicht in der Hansestadt, sondern im Leipziger Seeburgviertel. Dort wird er am 31. Juli 1935 als Sohn eines Zimmermanns und einer Reinigungskraft geboren. Fritz Honk hat zehn Geschwister. Drei von ihnen versterben allerdings schon kurz nach ihrer Geburt. Sein Vater soll sich für die in der NS-Zeit verbotene Kommunistische Partei Deutschlands engagiert haben, weshalb er in ein Konzentrationslager geschickt wird. Auch Fritz wird nach eigenen Angaben in ein Jugend-KZ geschickt. Nach der Befreiung wächst er in verschiedenen Kinderheimen in Leipzig auf. Seine Mutter schickt die ihn und seine Geschwister dorthin. Sein Vater verstirbt nur kurz nach Ende des Krieges an den Folgen seiner schweren Alkoholsucht und seiner Inhaftierung. Honka beginnt Anfang der 50er Jahre eine Ausbildung zum Maurer. Doch seine Gesundheit zwingt ihn zum Abbrechen. Ein Muster, das sich mit den Jahren fortsetzen wird. Fritz Honkas Leben folgt zu keinem Zeitpunkt einem klassischen Lebenslauf. 1951, im Alter von gerade einmal 16 Jahren, flüchtet er aus der DDR und arbeitet auf Bauernhöfen in Brockhöfe, einem kleinen Dorf in der Nähe der niedersächsischen Stadt Uelzen. Dort bekommt er mit einer Affäre seinen ersten Sohn Heinrich. Als die ersten Alimentenzahlungen auf den jungen Mann zukommen, zieht er aber einfach weiter. Nun verschlägt es ihn nach Hamburg, wo er als Chefarbeiter anfängt. Sein charakteristisches Aussehen wird erst in den 50er Jahren zu einem unverkennbaren Markenzeichen Honkas. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schleswig-Holstein wird seine Nase zertrümmert. Von nun an schielt er auch stark. Und der ohnehin zierliche Fritz Honka kann von nun an nicht mehr schwer arbeiten. 1957 heiratet Fritz seine Frau Inge. Die beiden leben gemeinsam in einer Mietwohnung im Wimmeweg in der Hamburger Wohnsiedlung Neuwiedenthal. Doch Fritz und Inge sind kein glückliches Paar. Nachbarn berichten von Gewaltausbrüchen zwischen den beiden. 1960 wird die Ehe geschieden. Außerdem soll Inge gesagt haben, dass Fritz viel zu viel Alkohol trinke und sie immer wieder mit anderen Frauen betrüge. Das Paar, das mittlerweile auch einen Sohn hat, der ebenfalls als Fritz heißt, findet er neu zusammen, heiratet wieder und lässt sich 1967 endgültig scheiden. Danach zieht Fritz aus. Er bezieht eine Wohnung in der Zeissstraße 74 im Stadtteil Ottens. Und mit diesem Umzug beginnt eines der dunkelsten Kapitel der Hamburger Kriminalgeschichte. Insbesondere die Kneipe zum goldenen Handschuh wird in den 70er Jahren oft von Honka besucht. Nach seinen Schichten als Nachtwächter in der damaligen Shell-Zentrale unweit des Hamburger Stadtparks kommt er frühmorgens herein und trinkt reichlich Alkohol. Er trägt oft eine Gaspistole bei sich, die er den anderen Gästen zeigt. Er behauptet, er bräuchte sie bei seiner Arbeit als Nachtwächter. Zwar ist der Mann mit dem Sprachfehler etwas schrullig, doch er fällt nie negativ auf. Im Gegenteil, Fritz Honka ist ruhig, höflich und gibt gutes Trinkgeld. Doch 1972 kommt es in seiner Wohnung für Fritz beinahe zur Katastrophe. Zu diesem Zeitpunkt hatte Honka bereits eine Frau ermordet und ihren Torso in seiner Wohnung versteckt. In der Dachgeschosswohnung in der Zeissstraße spielt sich nun eine andere grauenhafte Szene ab. Fritz versucht, eine Frau namens Ruth Dufner zu vergewaltigen und will sie zum Sex mit ihm und seiner damaligen Lebensgefährtin Irmgard Albrecht zwingen. Doch Ruth kann fliehen und zeigt ihn bei der Polizei an. Da Fritz zum Tatzeitpunkt 2,4 Promille im Blut hat, wird eine Anklage wegen Vergewaltigung fallen gelassen. Stattdessen muss er eine Geldstrafe in Höhe von 4.500 DM bezahlen. Die Tatsache, dass Fritz Honka zu diesem Zeitpunkt bereits einer Frau ihr Leben genommen hatte, bleibt unentdeckt. Seine Wohnung wird nicht weiter durchsucht. Sein erster Mord ereignet sich bereits 1970, zwei Jahre vor der versuchten Vergewaltigung. Im Dezember 1970 lernt die 42-jährige Gertraud Bräuer in der Kneipe zum Goldenen Handschuh eine Frau namens Anni Wachtmeister kennen. Gertraud arbeitet nicht nur als Friseurin, sondern gelegentlich auch als Prostituierte. Als Gertraud Anni folgt, findet sie sich in der Zeissstraße 74 wieder. Anni ist die derzeitige Lebensgefährtin des Mieters Fritz Honka, der inzwischen als Nachtwächter arbeitet. Zunächst versucht Fritz Gertraud dazu zu überreden, gemeinsam mit ihm und Anni Sex zu haben. Doch Gertraud lehnt ab. Irgendwann schläft Anni stark alkoholisiert ein. Noch immer lässt Fritz nicht von Gertraud ab. Er vergewaltigt sie und danach erdrosselt er sie mit einer Gardine. Am 2. November 1971 werden Leichenteile von Gertraud auf dem Gelände der stillgelegten Holsatia-Schokoladenfabrik in der Gaussstraße gefunden. Nur wenige hundert Meter von Honkas Wohnung in der Zeissstraße entfernt. Unter den gefundenen Leichenteilen sind auch ihr abgetrennter Kopf, ihre Brüste, ihre Hände und Füße, ihre Arme und ein Bein. Die stark verwesten Leichenteile befinden sich eingewickelt in Zeitungspapier in sorgsam eingepackten Paketen, die einem Anwohner auffallen, als dieser auf dem verlassenen Gelände seinen Müll deponieren will. Ihr Rumpf wird damals nicht gefunden. Dieser liegt in Honkas Mansardenwohnung in Hamburg-Otzinsen. Mit einem für damalige Verhältnisse sehr modernen Verfahren wird Gertrauds Kopf so präpariert, dass man das Gesicht der Verstorbenen ungefähr rekonstruieren kann. So finden die Beamten auch die Identität des Opfers heraus. Gertrauds Spur führt ins Rotlichtmilieu und in die Kneipen am Hamburger Berg. Noch kurz vor ihrem Tod soll sie einen Brief an Freunde geschrieben haben, in dem sie sich vornahm, ihr Leben noch einmal neu zu beginnen. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Nach Gertrauds, dem ersten Opfer Honkas, findet auch Anna Beuschel in der Zeissstraße 74 den Tod. Im August 1974 lernt Fritz die 54 Jahre alte Hausfrau und Prostituierte kennen, ebenfalls im goldenen Handschuh. Beide sind stark alkoholisiert, als sie gemeinsam in Honkas Wohnung gehen. Die beiden haben Sex miteinander und Honka ermordet sie. Später wird der Aussagen, Anna habe wie ein Brett dargelegt. Daraufhin habe er sie, wie zuvor auch Gertrauds stranguliert. Ihren Leichnam verscharrt er in einer kleinen Abseite in seiner Wohnung. Im Dezember 1974, vier Monate nach Anna, findet Fritz Honka in Frida Robleck sein drittes Opfer. Die 57-Jährige, die sich selbst Rita nennt, arbeitet ebenfalls als Prostituierte. Während der NS-Zeit soll sie die Haft in einem Konzentrationslager überlebt haben. Mehr ist über sie leider nicht bekannt. Die beiden haben Sex miteinander, wofür Fritz Rita 200 Mark zahlt. Doch Rita stiehlt weitere 200 Mark aus seinem Portemonnaie. Als Fritz den Diebstahl bemerkt, tötet er auch sie. Fritz Honkas letztes und viertes Opfer, Ruth Schuld, wird im Januar 1975 ermordet. Auch diese 52 Jahre alte Frau arbeitet als Prostituierte und ist Stammgästin im goldenen Handschuh. Sie zieht bei Fritz Honka ein, doch nur drei Wochen später ist auch sie tot. Fritz schlägt ihr mit einer Kornflasche so stark gegen den Kopf, dass sie wie betäubt ist. Danach stranguliert er sie mit einem Darmstrumpf und zerteilt auch Ruths Leiche. Ruths Beine werden an den Oberschenkeln abgesägt, ihre Brüste und Ohrmuscheln abgetrennt. Außerdem schneidet Fritz Honkas seinem Opfer die Nasen- und Zungenspitze ab. Die Wohnung Honkas ist voller Duftsteinen. Duftsteine, die üblicherweise für Toiletten benutzt werden. Ihr Geruch ist so stark, dass die Nachbarn sich sogar über den penetranten Duft nach künstlicher Fichte aus seiner Wohnung beschweren. Doch Honka schiebt es auf seine griechischen Nachbarn, die viele exotische Gewürze benutzen würden. Außerdem zürmen sich pornografische Zeitschriften und Alkoholflaschen in der 18 Quadratmeter Wohnung. Die Decke ist mit mehr als 300 Postern und Fotos von Pinupmodels beklebt. Insgesamt vier Frauen haben in Fritz Honkas Wohnung in Ottensen den Tod gefunden. Und wer weiß, ob es nicht noch mehr geworden wäre, hätte es am 17. Juli 1975 nicht einen schicksalhaften Brand gegeben. Um 3.37 Uhr geht in der Hamburger Feuerwehrwache der Alarm los. Ein Mann ist in einem Wohnhaus bei Kerzenlicht eingeschlafen. Nun drohen die oberen Geschosse auszubrennen. Die Feuerwehr ist innerhalb weniger Minuten bei der entsprechenden Adresse. Es ist die Zeissstraße 74. Während das Feuer am zweiten Stock entstand, hatten die Flammen sich an der Decke entlanggefressen, sodass nach der Löschung des Brandherdes auch die Dachgeschosswohnungen und der Dachboden von der Polizei überprüft werden müssen. Im Haus fällt den Einsatzkräften vor allem der unangenehme Geruch auf. Es liegt nicht einfach nur Rauch in der Luft, eher riecht es nach brennendem Fleisch. Tatsächlich finden die Feuerwehrmänner noch Glut und daneben einen Plastiksack und in ihm menschliche Körperteile. Bei der Untersuchung der Wohnung, die nun ein mutmaßlicher Tatort ist, stoßen die Ermittler auf zahlreiche Darmschuhe, Handtaschen, Regenschirme und Frauenkleidung in verschiedenen Größen. Und es bleibt nicht bei dieser ersten Entdeckung. Hinter einem kleinen Verschlag findet die Feuerwehr weitere menschliche Überreste. In diesem Wohnhaus im Hamburger Stadtteil Altona wurden heute durch Zufall vier Leichen gefunden. Feuerwehrleute, die einen Zimmerbrand löschten, entdeckten zwei verstümmelte Frauenleichen in Plastiksäcken. Sie waren in einer Rumpelkammer und auf dem Dachboden versteckt worden. Bei den Aufräumungsarbeiten stieß die Mordkommission auf eine weitere weibliche Leiche. Die vierte, das Geschlecht ist noch unbekannt, lag hinter der Küche. Die Polizei vermutet wegen der Zerstückelung dieser Leichen Sexualverbrechen. Der Tatverdächtigt ist der 40-jährige Fritz Honka. Daraufhin rückt die Polizei an und durchpflügt die Wohnung förmlich. Während die Beamten Wände einreißen und Bodendielen hochheben, kommt Fritz Honka nichts an von der Arbeit nach Hause. Der Nachtwächter unterhält sich mit dem Beamten. Und schnell wird klar, dass es nur eine einzige Person in der Zeissstraße 74 gibt, die einen Schlüssel zum Dachboden hat, auf dem eine der Leichen gefunden wurde. Fritz Honka. Die Person, die gerade mit den Beamten redet. Die Beamten nehmen Fritz mit auf das Polizeipräsidium, um ihn dort zu befragen. Auf der Autofahrt dorthin soll er sich ruhig verhalten haben. Auch während der Befragung ist er zunächst ruhig. Allerdings werden seine Aussagen widersprüchlich. Als der Polizist ihm mitteilt, was in seiner Wohnung gefunden wurde und unter welchem Verdacht er nun steht, beginnt er zu schweigen. Irgendwann fragt er nach einem Arzt. Dann widerruft er seinen Wunsch. Um 22.30 Uhr wird er vom Präsidium direkt in Untersuchungshaft gebracht. Am nächsten Tag packt er gegenüber der Polizei dann endlich aus. Er scheint sich an die Morde allerdings gar nicht richtig zu erinnern. Oder erinnern zu wollen. Er wisse noch, dass eine Frau ihn ausgelacht habe. Eine andere habe ihn Penner genannt. Wie und warum er die Frauen allerdings getötet hat, wisse er nicht. Selbst die Gutachter wären sich nicht darüber einig, was Honkas Antrieb gewesen sein könnte. Wollte der Mann aus sexueller Lust morden? Oder tötete er aus Mordlust? Um endlich nähere Informationen aus Fritz herauszubekommen, nimmt die Polizei ihn sogar mit in die Rechtsmedizin. Später sagt Honka dann aus, er habe die Leichen nur zerstückelt, da er nicht wusste, wie er sie sonst entsorgen sollte. Die Leichen seien einfach zu schwer gewesen, um sie herunter- und vorzutragen. Also habe er sie zersägt. Außerdem habe er die Frauen stets unter starkem Alkoholkonsum umgebracht und sei dann am nächsten Morgen selbst verwundert gewesen, als er neben einer Leiche aufwachte. An die Taten selbst habe er sich dann nie erinnern können. Auch das Zerzeilen der Leichen sei immer nur passiert, wenn er stark alkoholisiert gewesen sei. Gegenüber seines Anwalts soll Honka gesagt haben, er habe im Auftrag von Jack the Ripper gehandelt. Dieser habe ihm die Taten befohlen. Sein Anwalt soll ihn daraufhin gebeten haben, mit dieser Geschichte aufzuhören. Daraufhin habe Fritz gelächelt und, na gut, gesagt. Noch vor seinem Prozess, schon unmittelbar nach der Entdeckung der Leichen in Fritz Honkers Wohnung, wird dieser über Nacht in der ganzen Stadt bekannt. Sämtliche Zeitungen berichten über den Frauenmörder von St. Pauli und übertrumpfen sich in grausamen Details über die Morde an den vier Frauen und perfiden Anekdoten aus Honkers Leben. Die Schicksale der vier Frauen, die brutal von Honka ermordet und zerstückelt wurden, geraten dabei beinahe in den Hintergrund. Bis heute ist es schwierig, überhaupt Informationen über Gertraud, Anne, Frieda und Rita herauszufinden. Als Fritz Honka 1976 vor Gericht steht und sich wegen vierfachen Mordes aus sexuellen Motiven verantworten muss, zeichnet eine Psychologin ein eindringliches Bild von Honka. Er habe starke Minderwertigkeitskomplexe und das Bedürfnis, als Mann eine überlegene Stellung zu haben. Er habe sich als Herrn über Leben und Tod angesehen. Er habe die Frauen, die er mordet hatte, mit nach Hause genommen, weil er sich ihnen sozial überlegen fühlen konnte. Der Sex sei von seinen Machtfantasien beherrscht wurde. Er hat sich anscheinend auch regelmäßig als SS-Mann verkleidet. Als ihm dies vorgehalten wird, entgegnet Fritz Honka nur, ich habe sie halt geboten. Während des Prozesses ändert Fritz für kurze Zeit seine Aussage. Er habe die Leichen zwar zerstückelt, die Frauen jedoch nicht umgebracht. Sein Anwalt hingegen verfolgt eine Strategie, die nicht nur koordiniert, sondern tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten erfolgreich für seinen Mandanten ist. Rolf Bossi war einer der bekanntesten und renommiertesten Strafverteidiger Deutschlands. Nur drei Wochen vor dem Prozess übernimmt er das Mandat für Honka und präsentiert sich während der zwölf Verhandlungstage als Advokat für eine verlorene Seele. Fritz habe die Frauen erdrosselt, jedoch habe kein Mordmotiv zugrunde gelegen. Vielmehr sei Honka unzurechnungsfähig. Nicht nur auf seines erheblichen Alkoholkonsums, sondern auch aufgrund seiner seelischen Abnormalität. Er sei von den Frauen vor den jeweiligen Taten beleidigt worden und habe sich davon derart angegriffen gefühlt, dass er sie in Rage umbrachte. Bossi porträtiert Fritz vor Gericht als einen gezeichneten Menschen, einen Sozialfall, der im Leben stets nur verloren hat. Und das Urteil des Gerichts kommt Bossis Forderungen definitiv näher als den Forderungen der Anklage. Denn Fritz Honka wird nicht wegen vierfachen Mordes verurteilt, sondern zu 15 Jahren Freiheitsstrafe wegen Mordes in einem Fall und dreifachen Totschlags. Dieses Urteil gilt bis heute als sehr kontrovers. In der Urteilsbegründung heißt es, die den Taten vorausgegangenen Konflikte seien immer von den Frauen ausgegangen und Honka sei nun einmal der Auffassung gewesen, dass die Frauen nach seinem Willen hätten handeln müssen, da es sich bei ihnen schließlich um Prostituierte gehandelt habe. Auch Honkas Äußerungen, nach denen Jack the Ripper ihm die Taten befohlen haben soll, werden positiv ausgelegt. Es heißt, diese Behauptung sei ein Beweis dafür, dass Honka noch etwas empfindet. Immerhin habe er Jack the Ripper als ein Vehikel gebraucht, um über seine unaussprechlichen Taten zu reden. Honka muss auch nicht in ein konventionelles Gefängnis, sondern er geht in das Hamburger Klinikum Ochsenzoll. Zunächst darf er gelegentlich Freigänge machen, dann wird er auf Probe entlassen. Und 1996, etwa 20 Jahre nach dem Beginn der Gerichtsverhandlung, ist Fritz Honka wieder ein freier Mann. Er zieht in ein Altenheim nach Scharbeutz, einem beliebten Touristenort an der Ostsee. Dort lebt er mit einer neuen Identität unter dem Namen Peter Jensen. Sein Zustand verschlechtert sich allerdings derart rapide, dass Honka schon bald wieder in psychiatrische Behandlung muss. Immer wieder soll er sich bei dem Pflegepersonal darüber beschwert haben, dass es in seinem Zimmer nach Leichen riechen würde. Und er fühlt sich immer wieder verfolgt und ist verwirrt. Am 19. Oktober 1988 verstirbt Fritz Honka schließlich im Krankenhaus Ochsenzoll. Wie schon sein Vater erliegt er den Folgen seines starken Alkoholkonsums. Auch wenn Fritz Honka schon lange tot sein mag, lebt sein Mythos definitiv weiter. Neben dem Spiegelbestseller Der goldene Handschuh von Heinz Strunk und der gleichnamigen Filmadaption von Fatih Akin gibt es auch heute noch regelmäßig Dokumentationen und Berichte über die Morde Honkas. Dennoch gibt es eben, wie in jedem Fall, den wir hier besprechen, nicht nur den Täter, sondern vor allem die Opfer. Nicht nur Zeit ihres Lebens hat niemand Gertraud Breuer, Anna Beuschel, Friede Robleck und Ruth Schuld vermisst. Auch heute finden sie selbst im Kontext ihrer eigenen Ermordungen nicht statt. Innerhalb seiner Tragik bietet dies auch eine spannende Diskussionsgrundlage. Wie bewertet ihr das Urteil gegen Fritz Honka aus heutiger Sicht? Denkt ihr sein Strafmaß wäre ein anderes gewesen, hätte er heute vor Gericht gestanden? Ich bin gespannt auf eure Antworten auf diese Fragen und freue mich natürlich wie immer darüber, wenn ihr das Video zusätzlich mit einem Gefällt mir markiert. Ihr könnt den Kanal natürlich auch gern abonnieren, um keine weiteren Dokumentationen zu verpassen. Und solltet ihr das tun, könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren. So bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion. Und das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zukommen. Bis zum nächsten Video. Ciao.